Hallo zusammen! Es gibt ein kurzes Update zu meinem Wohnmobilprojekt. Die Kabine ist nämlich eingetroffen. Die Kabine steht schon auf dem Fahrzeug, um zu schauen wie es aussieht. Einfach einmal auf Hälschen, weil der Zwischenrahmen noch gebaut werden muss. Das mit dem grösseren Dieseltank ist gar nicht so einfach. Das Ziel ist aber immer noch, 200 Liter Diesel mitzunehmen, ohne dass man vom einen Tank in den anderen umpumpen muss. Ich bin überzeugt, dass es hier sicher noch eine Lösung gibt. Der bestehende Unterfahrschutz wird abgetrennt und bekommt einen klappbaren Unterfahrschutz. Es wird zum Film ein wenig eng in dieser Garage, aber ich hoffe, man sieht gleich ein wenig, wie es öfter kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal. Dann wird informiert, wenn es neue Videos gibt. Tschüss zusammen! два, ein paar Minuten los